Das Skagerack ist ein Teil der Nordsee zwischen der Nordküste Jütlands, der Südküste Norwegens und der Südwestküste Schwedens. Es verbindet über das Kategat, den Großen und Kleinen Welt sowie über den Öres und die Nordsee mit der Ostsee. Benannt ist es nach Skagen am nördlichsten Ende Jütlands, das niederländische Wort Rack bedeutet etwa gerade Wasserstraße. Das Skagerack ist 240 Kilometer lang und zwischen 80 Kilometer und 140 Kilometer breit. Es wird immer tiefer zur norwegischen Küste hin und erreicht in der norwegischen Rinne eine Tiefe von über 700 Meter. Die wichtigsten Naturhäfen am Skagerack sind Oslo und Kristiansand in Norwegen und Udewalla und Strömstadt in Schweden. Das Skagerack hat einen Salzgehalt von 30 PSU. Das Skagerack ist in der Seefahrer für seine je nach Wetterlage auftretenden schwierigen Seebedingungen aus Wind und Seegang bekannt. Die Hochspannungsgleichstromübertragungsleitung HGÜ Cross Skagerack zwischen Dänemark und Norwegen durchquert das Skagerack. Kriegshandlungen und Nachkriegszeit Ende Mai 1916 fand am westlichen Ausgang dieses Meeresgebietes die größte und verlustreichste Seeschlacht des Ersten Weltkrieges. Die Skagerack-Schlachtstadt Nach dieser Schlacht wurden später in der Weimarer Republik und der NS-Zeit zahlreiche Straßen, Brücken und Plätze benannt. Wegen der großen Meerestiefe in diesem Seegebiet versenkten die Alliierten dort nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als 50 mit chemischen Waffen. Beladene Schiffe, darunter die Düsseldorf und die Herbert-Norkus Im Jahr 2002 hat ein Forschungsinstitut der norwegischen Marine einige Wracks untersucht.